It's beginning to look like P-S-Xmas, P-S-I-S-M-S-Kalender. Seit 22 Jahren bekomme ich ein beklemmendes, aber auch sehr melancholisches Gefühl, wenn ich draußen durch Nebel gehe. Und seit 22 Jahren kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn mal wieder in der Stadt der Feueralarm geprobt wird. Und Schuld daran ist ein Spiel. Mein Lieblings-Survival-Horror-Spiel, Silent Hill. Das Spiel stammt von Konami und erschien 1999, drei Jahre nach Resident Evil, dem anderen großen Survival-Horror-Titel, mit dem es auch heute noch verglichen wird. Und um einige spezielle Aspekte von Silent Hill besser herausarbeiten zu können, mache ich das hier auch. Und das ohne Hate, denn ich liebe auch Resident Evil, aber halt anders. Was mich bis heute an Silent Hill und gerade an diesen ersten Teil der Reihe in Bann zieht, ist die Atmosphäre. Seit ich mit Hauptcharakter Harry Mason die ersten Schritte in dieser verfluchten Stadt getan habe, bin ich verliebt in die Stimmung, die dieses Spiel verströmt. Die nebelverhangenen und menschenleeren Straßen dieser amerikanischen Durchschnittskleinstadt erzeugen für mich eine völlig eigene Art von Grusel. Während Resident Evil, welches ja im Prinzip ein spielbarer Trash-Horror-Film ist, mit jeder Menge Jumpscares und nervenaufreibenden Kämpfen gegen geifernde Zombies aufwartet, setzt Silent Hill eher auf unterschwelliges Unwohlsein, denn auf Adrenalin steigernde Panik. Der Horror von Silent Hill springt dir nicht ins Gesicht, er krabbelt dir langsam unter die Haut. Nicht zuletzt deshalb, weil man in Silent Hill eher alltägliche Locations durchstreift. Keine alten Herrenhäuser, keine unterirdischen Labore, keine finsteren Wälder. Nein. Wir durchsuchen mit Harry auf der Suche nach seiner kleinen Tochter Cheryl einfache Gebäude wie eine Grundschule, ein Krankenhaus und zwischendrin nochmal eine Mall oder eine Tankstelle. Zugegeben, auch im echten Leben möchte ich ungern mit nur einer Funzel bewaffnet durch Abwasserkanäle stolpern, aber ansonsten sind all diese Locations eher unspektakulär. Es ist diese totale Einsamkeit, die dem Ganzen seine Unheimlichkeit verleiht. Dazu dieser leichte Schnee, der lautlos auf alles herabrieselt und die einfach so ins Nichts weggebrochenen Straßen, die in Abgründe münden, die sich im dichten Nebel verlieren. Und dabei ist dieser Nebel damals nur aus der Not heraus entstanden. Die Programmierer des Teams Silent, so nannte sich das Team um Silent Hill, standen vor dem Problem, dass die Engine der Plaser 1 nicht genug Schmackes hatte, um eine ganze Stadt so weit im Voraus zu laden, um ausreichend Weitblick zu gewährleisten. Sprich, unschöne Pop-Up-Effekte waren die Folge, was ziemlich an der Inversion nagte. Die Lösung? Die Programmierer legten alles in dichten Nebel und kaschierten so zum einen die Pop-Up-Effekte und schufen zum anderen eher nebenbei das Markenzeichen der Reihe. Dieser fehlende Weitblick, der in anderen Spielen zurecht kritisiert würde, trägt hier unheimlich zur Spannung bei. Man sieht in Silent Hill so gut wie nie, was ein paar Meter entfernt lauern könnte. Denn entweder ist es neblig oder es ist stockduster und nur der Schein einer Anstecktaschenlampe erhält einen kleinen Bereich um Harry herum. Doch damit Harry nicht dauernd aus dem Nichts von irgendwas angefallen wird, gab ihm das Team Silent ein weiteres Werkzeug an die Hand. Das kaputte Radio. Harry findet ganz am Anfang des Spiels ein Taschenradio, welches offenbar nicht mehr funktioniert. Allerdings reagiert es auf die Anwesenheit von Monstern und beginnt zu rauschen, wenn sich ein solches nähert. Hm, Radio. Was ist mit diesem Radio? Auf diese Art wird Harry zumindest vorgewarnt, sollte er nicht mehr alleine sein. Doch auch wenn er so vor Jumpscares gefeiert ist, so erzeugt dieses Radiorauschen eine ganz andere Art von Spannung. Denn Harry kann die Monster im Nebel immer noch nicht sehen. Er hört nur, dass sie da sind und kann bestenfalls durch die Lautstärke des Rauschens die grobe Richtung ermitteln, aus der sich die Gefahr nähert. Und apropos akustische Ankündigung von Gefahr. Immer wenn man glaubt, man habe sich jetzt an die schummrige Stimmung so einigermaßen gewöhnt, dann ertönt folgendes Geräusch. Immer wieder im Spiel verändert sich die Welt um Harry herum zu einer grotesken Albtraumversion ihrer selbst. Voller Blut, Gegröße, aufgehängter Leichen, rostiger Ketten, Gitter, die über bodenlosen Abgründen hängen und einer allgemein sehr abgewrackt industriell anmutenden Optik. Und in dieser Albtraumversion muss Harry dann seine Suche fortsetzen. Mir ist schon klar, dass man damit nicht zuletzt auch versucht hat, das Spiel zu strecken, indem man den Spieler bestimmte Orte zweimal abklappern lässt, einmal in der nebligen und einmal in der düsteren Variante. Aber das stört mich nicht sehr, denn meist sind in den Gebäuden die Türen nicht in beiden Versionen zu öffnen, man klappert also im Wesentlichen doch nur einmal alles ab. Und obwohl es sehr, sehr viele Türen abzuklappern gibt, verliert man nie die Orientierung, denn Harry führt, sowohl in der normalen als auch in der Albtraumversion, sehr akribisch seine Landkarte und trägt jede verschlossene oder noch zu öffnende Tür fein säuberlich ein. Lediglich im letzten, ich nenn's mal Dungeon, muss man auf dieses Feature verzichten und auf das gute alte, selber Karte zeichnen zurückgreifen. Aber so oder so sollte man kein Problem damit haben, viele, viele Türen abzuklappern, nur um in den meisten Fällen folgendes Geräusch zu hören. Aber eigentlich ist man ja in Survival-Horror-Spielen ganz froh um jede verschlossene Tür, hinter der nicht wieder ein blutrünstiges Monster lauert, das einem an die Gurgel will. Diese Monster haben übrigens alle mehr oder weniger einen Bezug zur Handlung, welche ich aber an dieser Stelle nicht spoilern möchte. Es sei nur gesagt, dass man sich beim Aussehen der verschiedenen Kreaturen etwas gedacht hat. Ein Konzept, das in späteren Teilen der Reihe noch verfeinert wurde. So treiben sich beispielsweise in der Grundschule Monster im Kinderformat herum, welche in der japanischen Fassung des Spiels noch weit deutlicher dargestellt sind, was bei uns in Europa aber abgeändert wurde. Und im Krankenhaus gibt es die Monster, die mittlerweile zum Running Gag des Silent Hill Franchise wurden. Diesem und anderem Viechkram gilt es sich dann so gut es geht zu erwehren. Doch anders als in Resi wird Harry hier erstmal nix Großkalibriges in die Hand gedrückt. Zu Beginn bekommt er nur eine Handfeuerwaffe und ein Küchenmesser, um sich zur Wehr zu setzen. Props übrigens an die Leute, die es fertig bringen, mit dem Küchenmesser zu kämpfen. Ich hab das nie hinbekommen. Muss ich aber auch nicht, denn kurz darauf findet Harry ein Stahlrohr, was im Nahkampf die deutlich bessere Wahl ist. Später gibt es für etwas mehr Wumms noch eine abgesägte Schrotflinte, eine kleine Handachst, ein Jagdgewehr und eine Art Feuerwehr-Nothammer. Meine Lieblingswaffe. Aber auch mit dem etwas wuchtigeren Arsenal bleibt das Kämpfen in Silent Hill einigermaßen knifflig. Harry leidet nämlich an zwei Dingen. Erstens, er ist kein ausgebildeter Schütze, wie zum Beispiel die Charaktere in Resident Evil. Das heißt, seine Schüsse gehen auch gerne mal ins Leere, selbst wenn der Gegner anvisiert ist. Und zweitens, man muss mit der vielbescholtenen Panzersteuerung zurechtkommen, was die Kämpfe nicht eben einfacher macht. Zu Beginn behauptete man bei Konami noch, diese Steuerung sei absichtlich so gewählt worden, um Harrys Hilflosigkeit zu unterstreichen. Hatte ich damals auch geglaubt. Doch mittlerweile haben auch die Entwickler zugegeben, dass sie es damals einfach nicht besser konnten. Und da ist es gut, dass sich in Silent Hill die Kämpfe auch weitgehend umgehen lassen. Wer also lieber sein Heil in der Flucht sucht, der hat auch dafür eine gute Chance. Wovor man nicht fliehen kann, sind die zahlreichen Rätsel, die Harry knacken muss. Diese sind mitunter recht fantasievoll gestaltet und so kryptisch umschrieben, dass man mitunter viel weiter denkt, als das Rätsel eigentlich verlangt, wodurch man auf die ein oder andere falsche Fährte gelockt wird. Das Klavierrätsel sei an dieser Stelle als meine liebste Kopfnuss genannt. Und apropos Musik. Der Soundtrack ist ebenfalls eine Klasse für sich. Das Intro und die vier verschiedenen Outro-Stücke sind sehr melancholische und gitarrenlastige Stücke, bei denen Komponist Akira Yamaoka zur Hochform auflief. Der restliche Soundtrack besteht zu großem Teil mehr aus ambientischen Klängen, die sehr oft nur aus Hämmern und metallisch umkreischen und anderen industriell anmutenden Klängen besteht. Nichts, was man jetzt zwingend so zum Einschlafen hört, aber unfassbar effektiv zur Erhöhung der Spannung. Und die ganze Zeit fragt man sich... Und die paar Menschen, denen Harry tatsächlich begegnet, tragen auch nicht eben dazu bei, seine Verwirrung zu lindern. Die ahnungslose, aber hilfsbereite Polizistin Sibyl Bennett, die schrullige und scheinbar wirres Zeug daher schwurbelnde Dahlia Gillespie, der unfreundliche und irgendwie gehetzt wirkende Dr. Kaufmann, die völlig verängstigte Krankenschwester Lisa Garland, sie alle helfen Harry zwar irgendwie weiter, aber wirklich Licht ins Dunkel bringen sie nicht. Die Geschichte bzw. Vorgeschichte des Spiels ist, und das muss ich bei aller Liebe eingestehen, haarsträubend, lückenhaft und verklausuliert erzählt. Ich habe viele Spieldurchläufe und diverse Sekundärquellen gebraucht, um mir die Geschehnisse einigermaßen plausibel zusammenzupuzzeln. Wenn man mal geschnallt hat, was da alles passiert und wie das alles zusammenhängt, ist die Geschichte wirklich toll und... verstörend. Aber ich verstehe jeden, der nach dem ersten Spieldurchlauf erstmal da sitzt und fragend den Abspann anglotzt. Ob die Entwickler das absichtlich so kryptisch gehalten haben oder ob sie es einfach nicht besser konnten, man weiß es nicht. Auch die Geschwindigkeit, in der die Dialoge ablaufen, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Man merkt schon deutlich, wie die gute alte Playstation nach jedem Satz erstmal neu laden muss, bis der nächste Satz abgespielt wird. Dadurch wirken die Dialoge jetzt nicht unbedingt natürlich. Aber abgesehen davon ist dieses Spiel für mich ein Meilenstein des Horrorgenres, an dem sich für mich jedes neue Spiel und jeder neue Film messen lassen muss. Die Fortsetzungen der Reihe sind ebenfalls fast alles gute Spiele, gerade Teil 2 wird von vielen ja als das beste Horrorgame aller Zeiten gesehen. Aber irgendwie zieht es mich immer wieder nach Teil 1 zurück, denn dieser Teil hat etwas, was die Nachfolger nie wieder einfangen konnten. Womöglich ist es der Nebel, der in Teil 2 zwar deutlich aufwendiger und waberiger daherkommt, dank PS2-Technologie, der aber eher unruhig wirkt und nicht diese drückende Ruhe ausstrahlt wie in Teil 1. Auch dass man in späteren Teilen der Reihe durch die verbesserte Grafik deutlicher erkennen konnte, wie genau die Monster aussehen, ist dem Ganzen schon fast abträglich. Sich mit der eigenen Fantasie auszumalen, welch groteskes Wesen sich wohl hinter dem Pixelmatsch verbirgt, der dir da gerade auf dem Gesicht rumkaut, gehört zum Horror irgendwie dazu. Frei nach der alten Horrorfilmregel, das, was man nicht sieht, ist oft gruseliger als das, was man sieht. Überhaupt ist dieses Spiel auch auf anderer Ebene ein Fest für Horrorfilmfreunde. Denn auch wenn Silent Hill sich zu 100% ernst nimmt, von alternativen Spaßenden mal abgesehen, so haben die Entwickler ihre Liebe zu Horrorfilmen in Form zahlreicher Easter Eggs eingestreut. So tragen nicht nur alle Straßen der Stadt die Namen großer Horrorautoren wie Coons oder Buckman, das Pseudonym von Stephen King. Man findet im Ort zum Beispiel auch den kleinen Horrorladen, den Kettensägenladen aus Texas Chainsaw Massacre, komplett mit Kettensäge ohne Benzin, das Café aus Natural Born Killers, eine recht ikonische Schmiererei an der Wand, einen Motelbesitzer namens Norman oder auch eine Tageszeitung mit einer Schlagzeile aus Das Schweigen der Lämmer. All diese Easter Eggs sind lustig, stören aber den Spielfluss nicht und reißen auch nicht aus der Atmosphäre raus. Sie zeigen aber einmal mehr, wie viel Herzblut die Entwickler in ihre Arbeit einbrachten. Und das Ergebnis ist ein Spiel, das mich auch heute nach über 20 Jahren noch fasziniert, das auch nach zig Durchläufen für mich nicht an Wirkung verloren hat, das eine der traurigsten Szenen beinhaltet, die ich je in einem Videospiel sehen musste, ein Spiel, das meinen Stil und Geschmack, was Kunst, Kultur, Spiele und Filme angeht, sehr geprägt hat und das dafür sorgt, dass ich auch heute immer noch ein bisschen Gänsehaut bekomme, wenn es draußen nebelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017